hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der küche obwohl es heute so warm ist will ich aber trotzdem heute mittag die gebratenen chinesischen nudeln machen ich habe da ja schon mal ein rezept gemacht wo auch diese dieses gewürz selbst gemacht und die waren wirklich super super lecker also das wird sich jetzt zeigen ob diese art der chinesischen nudeln mithalten können oder es vielleicht sogar noch toppen aber das andere rezept ich kann es euch schon mal einblenden das war auf alle fälle richtig richtig lecker und ja diesmal ist es vielleicht ein bisschen mehr chinesisch angehaucht da es nie nudeln gibt und die habe ich gerade auch schon gekocht wobei man die gar nicht kocht sondern nur ziehen lässt also bei mir kocht jetzt das wasser sprudelnd das ist schon gut gesalzen und bei den nudeln ist jetzt das besondere ich gebe sie einfach rein oder das ist ein zauber der kochkunst ja ich weiß aber das besondere ist jetzt mache ich einfach hier die platte aus und es soll einfach fünf minuten jetzt nur ziehen also nicht mehr kochen einfach nur fünf minuten ziehen und nach den fünf minuten kommen die einfach ins sieb und können da ab tropfen ich werde sie auch vorher noch ein bisschen kalt abbrausen einfach weil ich die ja gleich dann sowieso noch mal in der pfanne mit brate und damit die nicht zusammenkleben und das ist ein rezept von food with love und ich wandel aber sehr viel ab muss ich sagen die haben nämlich angegeben so ein glas mit gemischten chinesischen gemüse und ich nehme aber lieber hier so ein vork mix ja und ich habe frische zuckerschoten die liebe ich nämlich total und habe ich gedacht das möchte ich lieber mit denen machen und es ist angegeben mit hähnchen filet jetzt könnte man es natürlich sowieso ganz einfach weglassen aber ich war im aldi süd bereich und da gibt es diese leckeren hähnchen filet stücke also vegetarische art oder sogar vegan auf jeden fall die finde ich so klasse und deswegen mache ich das damit das wird aber in der pfanne halt angebraten und ich mache jetzt aber schon mal die soße hier und dafür bräuchte man jetzt auch auf gar keinen fall den thermomix aber naja er steht hier dann nehmen wir ihn auch und ich habe mir schon mal vorbereitet ein würfelchen ingwer das ist eine halbe chili ohne kerne und eine große knoblauchzehe und das wird für fünf sekunden auf stufe fünf zerschreddert hinzu kommt 20 gramm neutrales öl gucken wir mal ob er das richtig misst ja es könnte gut sein also heute scheint er einen guten tag zu haben und das waren 20 gramm und das wird jetzt für drei minuten auf 120 grad und auf stufe 1 angedünstet ich habe mir das jetzt hier auf die waage wieder gestellt aber aufgrund meiner wagen problematik alles noch mal runter geschoben so und jetzt kommt nämlich hinzu 40 gramm sojasauce und naja sojasauce muss ja einfach bei allem asiatischen und das gibt nämlich dann auch diese typische farbe und das ist schon eine ganz schöne menge es kommt hinzu gestrichener teelöffel salz und da würde ich jetzt auch wirklich nicht so viel nehmen also wirklich nur diesen gestrichenen weil die sojasauce ist ja schon salzig und jetzt kommt wieder meine abhandlung es soll currypaste rein ich habe keine currypaste da wollte ich tatsächlich kaufen extra fürs rezept aber hatten sie nicht barriere deswegen kommt bei mir hinzu ein teelöffel pulbiber bin da aber auch vorsichtig denn es ist ja schon die schildeschote drin ja dann edel süßer paprika da nehme ich auch ein teelöffel und auch um diese currypaste zu ersetzen kommt bei mir auch noch ein teelöffel curry rein dann eine prise zucker ja das ist ein halber teelöffel ungefähr gewesen und ein teelöffel reisessig den habe ich da ich mache ja gerne sushi auch und deswegen habe ich denn da hätte ich die nicht da gehabt hätte ich vielleicht einfach weggelassen oder ich hätte normalen essig genommen so jetzt geht es wieder ans abwiegen und zwar 40 gramm wasser dann kann ich mich auch schön mein messer schon mal sauber machen wo nämlich schon wieder hier von den gewürzen drauf gelandet ist und ich gebe mir hier 750 gramm chinesisches wok gemüse das ist natürlich viel mehr als in ihrem rezept angegeben das ist noch halb gefroren da das jetzt auch noch gefroren ist und so verlängere ich die zeit jetzt auf sechs minuten eigentlich ist angegeben vier minuten und zwar für sechs minuten auf 90 grad linkslauf und stufe 1 und das muss jetzt auch nicht gleich ganz gegart sein denn es wird ja sowieso noch mal auch gebraten und deswegen ist das jetzt kein problem wenn es weil es halt auch gefroren ist dass es vielleicht dann noch nicht so ganz gut ist aber ich möchte nicht dass es total latschig ist deswegen ja also sechs minuten ich weiß das ist schon wieder total abgewandelt aber ich habe mir die inspiration bei flug ist abgekundet so sieht es jetzt also aus und das ist jetzt schon fertig also kommt dann halt auch nur noch hinterher in die pfanne wo es dann noch mal kurz mit angebraten wird also die nudeln sind fertig und jetzt schon hier die soße und jetzt geht es nämlich gleich erstmal nur ans anbraten dieser hähnchenstücke hähnchenstücke und der zuckerschoten und da möchte ich aber auch also dass die zuckerschoten die sonst schon noch so ein bisschen bisserl deswegen dass wir gleichzeitig mit den hähnchenstücken bei mir angebraten in der bockpfanne muss man natürlich nicht haben aber ich brauche immer viel platz weil ich ja immer wild rum rühre und immer alles rüber fliegt und das macht mich ja aggressiv deswegen ja das sind jetzt schon mal gute bestandteile also das ist gerade mal jetzt so aufgetaucht also hier unten merke ich dass es heiß sich anfühlt aber hier fühlt sich nämlich noch eiskalt an deswegen da ist jetzt nicht viel gegart weil es gleich im wog nochmal mit gebraten wird also der thermomix kann jetzt weg und das hätte man natürlich auch einfach im topf machen können und jetzt kann es weitergehen es soll eigentlich in sesamöl angebraten werden ich muss sagen dass ich einmal sesamöl gekauft habe und das hat so ekelhaft gestunken es hat mich so angewidert das hatte genau den geruch wie so china shops haben das ist jetzt nicht irgendwie gemeingemein von mir aber ich mag den geruch überhaupt nicht deswegen das hat mich dann sofort so abgestoßen deswegen habe ich weggeschmissen und das sind hier meine wonder chance chicken style von aldi süd das sind 185 gramm es ist sogar vegan jetzt überlege ich gerade was habe ich denn ich glaube ich glaube es ist ja sowieso vegan ich weiß nicht was in den mehnudeln da müsste ich jetzt noch mal gucken ob da irgendwie noch was drin ist ansonsten wäre es vegan man könnte natürlich auch reismudeln nehmen die sind ja glaube ich auf alle fälle lang das öl kann jetzt kurz erhitzen und ich brate sowohl die chicken stückchen als auch hier das waren glaube ich 250 gramm das ist schon eine abgepackte menge habe ich auch bei aldi gekauft da ist es günstiger als also bei edeka zahlt man ich glaube 3,99 habe ich da schon mal für bezahlt und bei aldi 2,49 mein hähnchen filet sozusagen aber es sieht doch wirklich sehr sehr ähnlich aus und wie gesagt ich habe es schon bereits öfters gegessen und ich finde das sehr sehr lecker ja jetzt direkt auch noch hier die zuckerschoten dazu und das wird jetzt erstmal bei mir bei 1200 aber ich weiß nicht wie man hier so wie viel watt zahlt wird das angebraten und dann kann man auch bei stehen bleiben das geht nämlich ganz schnell dass das schon so ein bisschen kross ist also wie man hier sieht das wird ja auch schnell dass das so bräunt und in der zwischenzeit bereite ich mir jetzt schon mal hier meine laubzwiebeln vor die kommen einfach nur als topping oben drauf mache ich natürlich immer die erste haut weg mittlerweile hat man ja schon gar keine angst mehr vor dem dreck der da dran sein könnte somit eher wer könnte es bereits angefasst haben und nach ungefähr drei bis vier minuten kommt jetzt hier noch die soße mit dem gemüse hinzu nachdem jetzt weitere fünf minuten ungefähr rum sind das ist auf alle fälle schon mal alles heiß kommen jetzt die Nienudeln hinzu ja die müssen jetzt natürlich noch mal so ein bisschen auseinander gerissen werden also obwohl ich die abgebraust habe sind die so ein bisschen aneinander geklebt aber das ist jetzt nicht tragisch ja und das soll jetzt auch nur noch mal hier gut anbraten also die sollen jetzt nicht gebräunt werden oder so aber es soll jetzt vor allen dingen noch heiß werden alles gut vermengt sein und dann haben wir hier die chinesischen Nudeln mit Hähnchen sozusagen also wenn ihr natürlich Fleisch esst ja obwohl man sagt ja dass Hühner so dumm sind aber Hühner sind überhaupt nicht dumm Hühner sind wirklich ganz entzückend gewesen und deswegen ja ist mir die Art Hühnchen auf alle Fälle lieber und wie gesagt hätte es das jetzt nicht gegeben bei Aldi dann würde ich einfach das weglassen würde eine reine Gemüsepfanne draus machen und wie man an mir sehen kann man verhungert nicht wenn man auf Fleisch verzichtet und wie viele Videos habe ich jetzt schon hochgeladen ich glaube an die 600 daran sieht man die Vielfalt an tollen Rezepten also die Menge des Angebots ist wirklich unendlich fast ja das ist jetzt fertig und dann geht es natürlich noch in die Geschmackskäfte also das sieht richtig gut aus und ich probiere es mit den Stäbchen also Nudeln essen ist ja an sich schon etwas schwieriger aber mit Stäbchen wahrscheinlich noch schwieriger aber jetzt mache ich es mir erstmal leicht mit meinem Hähnchenstück hier das ist schon mal ein Saab ein richtig richtig tolles Gericht ich finde das kannst du mit jeder China Pfanne auf dem Markt also wo auch immer man das so angeboten bekommt aufnehmen also ich glaube die Würzung hat mir bei diesen anderen chinesischen Nudeln die ich schon mal gemacht habe besser gefallen aber ich finde die Nudeln jetzt authentischer weil letztes Mal habe ich ja Spaghetti genommen und ich finde es mit dem Gemüse auch richtig gut ja aber ich glaube die Würzung war mir bei dem anderen Rezept kam mir das mehr chinesisch vor es kam einem spanisch vor nein chinesisch in dem Fall ja ich meine es ist jetzt kommt mir so richtig die Hitze raus aber eigentlich in so heißen Ländern da wird ja auch gerne richtig scharf und heiß gegessen wobei ich finde es jetzt auch gar nicht so scharf da hätte noch mehr Schärfe angekommen das wäre ohne Probleme gegangen also bei dieser Pfanne gefällt mir besonders gut diese Hähnchenstücken dass die da mit drin sind und bei dem anderen Rezept was ich schon mal gemacht habe da war es die Würzung die mir besser gefallen hat ich finde es nicht so original chinesisch gut ich muss natürlich jetzt gestehen ich habe mich ja jetzt auch nicht genau an das Rezept gehypen einfach weil ich diese Currypaste nicht bekommen habe aber trotzdem ein sehr sehr gutes leckeres Mittagessen ja ich werde jetzt weiter auf das Gewitter hoffen was glaube ich schon in der Nähe ist lasst es mir hier schmecken und ja verlinke euch das Rezept und dann bis zum nächsten Mal Tschüss